Sie haben sich für den FC Bayern entschieden. Ganz blöde Frage vielleicht, warum? Im Pauke gibt es drei Gründe, warum ich hier bin. Der erste Grund ist, dass ich in einen sehr guten Verein gekommen bin, meiner Meinung nach ein sehr gutes Programm. Dann bin ich auch zu meinen Freunden gekommen, weil ich mit Peschi zusammen gespielt habe. Ich war ein Assistent-Trainer, das ist auch eine Freundschaft, das ist der zweite Grund. Und auch der dritte Grund, ich war in letzter Zeit ohne Verein und zusammen mit meiner Familie. Ich habe auch gesprochen und so eine Entscheidung gebracht, dass für mich und für meine Familie das beste ist, jetzt nach mir hinzukommen. Was macht für Sie die Anziehungskraft, vielleicht gar die Faszination FC Bayern aus? Pauke, ich habe schon gesagt, das ist ein Grund, warum ich hier bin. Bayern ist ein großer Verein im Fußball und jetzt ist unsere Aufgabe, Basketball nach vorne zu bringen. Ich bin auch Fan der Bayern-Fußballmannschaft und bei Bayern gilt immer nur Result. Und in diesem Moment sind wir im zweiten, dritten Platz. Und ich hoffe auch, dass ich helfen will, dass wir in eine bessere Position kommen. Und das ist etwas, was in erster Linie wichtig ist für Bayern. Wie ist es für Sie, wieder mit Svetislav Pesic zusammenzuarbeiten? Ich habe mit ihm zusammen gespielt, er war mein Trainer in Jugoslawien, wir haben zusammen in Berlin gearbeitet. Aber unsere Freundschaft und wir haben immer gearbeitet, egal ob er in einer Funktion oder nicht war. Er ist im Basketball verrückt. Ich gehe auch in diese Richtung. Ich muss sagen, dass er in diesem Bereich ein bisschen verrückter als ich ist. Und das zeigt auch sein Resultat. Sie galten in ihrer aktiven Zeit als Weltklasse-Verteidiger. Wird nun noch mehr Nachdruck auf die Defense gelegt? Okay, das ist auch eine Persis-Philosophie oder eine insgesamt-Philosophie. Wer will, man kann mit Offense ein Spiel gewinnen oder zwei, drei Spiele, aber nur mit Defense, man kann Meisterschaft gewinnen. Ein Spieler hat nach der zweiten Trainingseinheit unter Ihnen gesagt, Junge, Junge, war ganz schön hart. Wie sehen Sie sich selber, so als Schleifer, als harten Hund oder was für ein Trainertyp sind Sie? Wenn ein Spieler sich auch individuell verbessern will, kann er nur durch diese harte Arbeit, er muss über diese Schmerzgrenze gehen und dann so, er kann auch nach vorne gehen, individuell und er kann bessere Spieler werden. Mitlei ist die Schmerzgrenze. Die Schmerzgrenze. Vielen Dank.